Christian Quattflieg ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Rezitator. Einem breiten Publikum wurde er durch die Serie Der Landarzt bekannt, in der Quattflieg jahrelang die Hauptrolle spielte. Leben und Karriere Christian Quattfliegs Eltern waren der Schauspieler Will Quattflieg und Benita von Wegesack. Seine Schwester Roswitha Quattflieg ist Schriftstellerin und Buchkünstlerin. Quattflieg verbrachte seine Schulzeit in Hamburg. Anschließend absolvierte er von 1965 bis 1968 eine dreijährige Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Zwischen 1969 und 1973 war er an den Bühnen von Oberhausen, Wuppertal und Basel engagiert. Es folgten Auftritte an den Theatern in Berlin, Hamburg, München, Wien und Zürich, wie auch bei den Salzburger Festspielen. Im Fernsehen hatte Quattflieg Auftritte in zahlreichen Filmen und Serien. 1975 spielte er die männliche Hauptrolle in der in London und in englischer Sprache produzierten Science-Fiction-Fernsehserie Die Mädchen aus dem Weltraum. Eine bekannte Rolle hatte er in der berühmten Tatort-Episode Reifezeugnis, in der er als Lehrer eine Affäre mit seiner von Nastasja Kinski gespielten Schülerin eingeht. Ab 1986 verkörperte er in 41 Folgen in der Serie Der Landarzt die Titelrolle. In 16 Episoden lag auch die Regie in seinen Händen. Er ließ seine Serienfigur des Dr. Carsten Matthiesen im Jahr 1992 den Serientod sterben, da er nicht auf diese Rolle vom Publikum festgelegt werden wollte. In der ARD-Serie Vater wieder Willen spielte Quattflieg von 1995 bis 2002 die männliche Hauptrolle, den Dirigenten Max Oldendorf. Seine im neuen Jahrtausend stark gesunkene Präsenz auf den Fernsehbildschirmen erklärt er damit, dass er in der Auswahl seiner Film- und Fernsehrollen wählerischer geworden sei und nur selten Drehbücher erhalte, deren Qualität über seichtes Material hinausgehe. Die bislang letzte Fernsehrolle übernahm er 2007 in einer Folge von Der Alte. In den letzten Jahren ist er hauptsächlich mit Dichterlesungen im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, darunter im Wiener Burgtheater, im Zürcher Schauspielhaus und der Komödie in Berlin sowie beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Bislang trat er mit über 20 verschiedenen Programmen auf und las dabei Autoren wie Friedrich Schiller, Heinrich Heine, Eduard Mörike und Erich Kästner. 2008 gründete Quattflieg sein eigenes CD-Label C.Q. Orpheus. Von den zahlreichen CD-Einspielungen gewann der Titel »Väter und Söhne – Briefwechsel« Thomas Mann und Klaus Mann den Preis der deutschen Schallplattenkritik. In den 1970er und 1980er Jahren arbeitete Quattflieg mehrfach als Synchronsprecher, er lieh unter anderem Dean Stockwell und John Finch seine Stimme. Quattflieg ist seit 1974 mit der Schauspielerin Renate Reger verheiratet, die auch in der Landarzti Ina Eckholm in der zweiten bis vierten Staffel der Serie spielte. Er lebt seit 1991 wieder in Hamburg. Christian Quattflieg ist Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Auszeichnungen 1987 – INTH EGA Preis für die beste Tourneenszenierung der Spielzeit 1996. Preis der deutschen Schallplattenkritik für die CD-Einspielung von »Väter und Söhne« mit Will Quattflieg.